Musik Musik Ja gegen Musik Ein tolles Haus, seine Monster... Warum weiß der kommt? Ich mag sie echt nicht mehr als Spaß. Und jetzt gehst du hier nach oben. So, er findet, das lohnt sich hier rein zu gehen. Selbst wie freut das hier ist. Okay, da kann man jetzt hoch gehen. Über die Epochwein. Und jetzt kommt es. So, mein Kumpus hier lange geht. So. So, mein Kumpus hier ist. So, mein Kumpus. So, mein Kumpus hier ist es so schön. So, mein Kumpus hier ist es so schön. So, mein Kumpus hier ist. Und jetzt kommt die Muge. Da kann ich ja hier reingefallen, das kostet 15 Euro. So, ich brauche es mal an, ich freue mich hier. Und Spider Cake. So, jetzt kommt das hier. Das macht ja echt mega, mega Spaß. Da bin ich zu langsamer, aber da bin ich zu hoch. Ich gehe nicht, dass du heute hier kein bisschen. So, mein Kopf muss gleich noch mal gut. Denk er mal jetzt in Ordnung. Äh, das war nicht. Oh, okay. Ja, ich geh mal jetzt mal hin. So, hier kann man fast trinken. Ja, ich kann ja nichts wieder. Ja. 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 Ja, ja. 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 So, mal gucken, was hier kommt. So, mal gucken, was hier kommt. Herzlich willkommen im Altenrott. Wir wünschen Ihnen eine wachländische Aufnahme. So bringen Sie nun mit unseren Wenders durchs Pader rein. Im obersten Stockwerke. Genießen Sie dort mit wundervoller Aussicht auf die Werke. Sie haben einen Schiff, der in der Tat. Aber es ist doch sicher, wir haben erste Tag. Wir haben jetzt noch ein Schiff. Wir haben die Sankt, wir haben noch ein Schiff. Wir haben die Sankt, wir haben noch ein Schiff. Tja, man sagt ja, runter kommen sie alle. Und schon sind wir da. Zwar nicht unten, aber unten in unserem Weinkeller. Nur meine Arten im Teil. Jetzt geht es weiter. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Der Endreiz ist die Decke hier, gut, als es kommen. Ich bin gespannt, was noch kommen. Unsere Gäste stellen wir das gesamte Hotel auf den Kopf. Alles dreht sich, alles bewegt sich. Tja, bei uns doch ist es rund. Ja, und wenn es Ihnen gefallen hat, dann beheeren Sie uns bald wieder. Nein! Oder bleiben Sie einfach hier, falls Sie den Auskommen nicht finden sollten. Hahaha! Ja, ich bin der Gold. Ich-Land was Sie sagen ... Das ist toll! Es war auf echt legiteln Geg termin. Ja, mega Spaß! Ja, ich war im Bratel da drin, ne? Er hat gleich mal 60 Meter gefahren und wenn er uns das Video getan hat, das ist einfach ein bisschen weiter und auf jeden Fall habe ich mir das Video getan.